Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist. Wie schon versprochen und angedroht, wir entladen unseren Pick-up. Okay, ich glaube das Entladen geht ziemlich schnell. Das ist das Futter, das machen wir jetzt. Was hat er hier drin? Nehme mal mit. Ach, da haben wir hier unseren Chicken McNugget. Okay, das machen wir gleich. Obwohl, warte. Können wir stacken. Die Salze nehmen wir auch gleich mit. Das geht auch gleich mit rein. Das hat man auch drin, gell? Ja. Obwohl, hier den zweimal Schrott kriegen wir auch mit. Die Schrottflinten-Moni. Ja, ich komme eh noch mal. So. Hier. Getränke-Dänisch. So. Sieht das schon ganz gut aus. Die behalten wir die Dose. Die kommt hier mit rein. Die kommt hier mit rein. Aber hier. Und hier. Okay. Ja, dann werden wir diese eine essen. Und dann packen wir... ...die Dose nach oben. Und den Zucker hier rüber. Sehr gut. So, hier waren die Speere. Beere. Habe ich... Ich habe vier Speere. Ich hätte auch mal vier. Ach so, den einen habe ich ja im Haus verloren. In dem einem. Haus. Mhm. Genau. Blöd. So. Genau, Tücher. Medikamente waren hier. Genau. Oh, wir können ja über 10 stecken. Das ist ja gut. So, Tücher. Genau, die waren hier unten. Einmal. Zweimal. So. Müssen wir auch ein bisschen verarbeiten, das ganze Zeug. Das Hühnchen. Was können wir denn damit machen? Na, White Chicken. Das ist ja schon recht. Was habe ich jetzt gemacht? Was ist Harvest eigentlich nochmal? Ja. Jetzt kann ich es quasi zerlegen. Achtmal Federn. Okay. Dann machen wir das doch gleich einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünfmal. Boah, das ist gut. Okay. Wie schaut es hier aus mit unserem Grill? Sechsmal, zweimal. Optional. Da fehlt es am Holz. Aber daran setzt nicht scheitern. So. Da packt... Agar, wir können das hier noch ganz noch salzen, oder? Der Krülstand. So, pass auf. Die packt mal hier mit rein. Können wir ja schon mal anmachen. So, der ist an. Hier, Tierfett. Einmal. Zweimal. Dreimal. So viel zum Thema. Wir entladen unseren Pick-up. Machen wir gleich. So, jetzt wollte ich aber nochmal das Salz holen. Nee, warte. Ich will nur eins haben. Jetzt hat er mir wahrscheinlich auf den Boden geschmissen. Genau. Äh, I war das. So. Wo ist jetzt mal? Das ist Salz. Okay, Drop. Was kann ich hier mitmachen? Drop Eat. Kann ich das auch in die Suppe mit reinmachen? Nee. Grillen. Was ist denn das? Korn. Okay. Also, warum ich Drop-Tags brauche, das weiß ich auch nicht. Vielleicht um mich zu markieren. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Warte mal. Wie kann ich das zusammen mischen? Nee, das geht gar nicht. Icon-Test. Okay, das ist anscheinend das Symbol, was noch getestet wird. Warte, wie kann ich das jetzt zusammen kombinieren? Gar nicht, oder wie? So, okay. Weiß ich Bescheid. Ah, da liegen die kleinen Schenkel. Ähm. Gut. Gut, 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 gut. So, dann gehen wir mal schnell hier wieder hin. Nehmen wir hier alles mit. Jupp. Was ist er da hier? Oh, ja, stimmt. Ah, voll gut. Da könnten wir jetzt erstmal den Zaun auch weiterbauen. So. Ach, ich bin doch bescheuert. Ich muss das so rummachen. So. Dann die Elf darüber. Die Federn können wir mitnehmen. Das ist auch gut, dass wir schon so viele haben. Dann das eine Blättchen. Das sind wir bei 10. Das war's hier dann auch erst einmal. So. Und erst mal hier rein. Hier sind noch die Sticks. Die packen wir hier mit dazu. Na, nur 14 Stück. Da können wir nicht viel mit ausrichten. Motoren lassen wir noch. Das muss man nicht austauschen. Nö. Nö. So. Hier haben wir noch ein paar. Blätterli. Schauen wir mal schnell nach dem Geflügel. Oh, die sind verkohlt, oder? Nein, falscher Knopf. Hier. Oh, was ist da gerade burnt? Fuck, man muss da echt aufpassen. Muss ich echt daneben stehen und warten, bis die fertig sind? Boah, das ist ja ein bisschen verkohlt, ne? Mal essen. Oh, was haben wir hier? Well done. Nehme ich mal so raus. Reicht ja auch. Könnte man ihn theoretisch hier ausmachen. Ne, will er nicht. Achso, ja, weil hier mein Öl noch läuft. Genau. Hm, der Nachbar klopft. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Das wäre ein bisschen schade. Ja, was willst du machen, gell? Die lieben Nachbarn. So, einmal Brandings. Äh, Alkohol hatte ich hier mit drinne, genau. Jawohl. Die Flasche packen wir mal raus. Die kommt in die Garage. Die Munition kommt nach oben. Na? Na? Ach, Quatsch. Wir haben doch hier ein Safe gebaut. Bin ich denn doof? Da. Genau. Zack. Ah, hier kann man 21 stacken. Aber nicht, äh, anders. Das geht gar nicht. So, warte mal kurz. Das ist ein kleines bisschen nervend. Ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe, ihr hört nichts davon. Äh, wenn, dann tut es mir echt leid. Ja. Ja, hier. Freitag Nachmittag. Ich mache mir gleich mal einen Kaffee. So. So was aber auch. Kein Mitgefühl, die Menschen. Hier waren die Handschuhe drinne. Ne, Setup hat man doch auch irgendwo, oder? Ne. Ne. Ah, hier. Da kann man auch nur acht. Das ist schon komisch, gell? Diese Stackreinfolge mit der Anzahl. Naja. Gut, gut, gut. So. Da brennt so schön mein Tierfett. Ist auch gleich soweit. Sehr, sehr gut. Legen wir da die vier mit rein. Und das Salz können wir auch wieder verpacken. Das war hier. Jawohl. Das muss ich noch herausfinden, wie man das zusammen kombiniert. Das habe ich noch nicht ganz raus. Das kriegen wir aber alles hin. So, es wird auch schon wieder dunkel, kann das sein. Ja, wird das. Guck mal auf die Uhr. Ja, ist auch schon wieder 17 Uhr. So. Nochmal schnell die Zweige aufsammeln. Aber das haben wir ja auch versucht, bei der Loot-Tour alle Zweige mitzunehmen. Mh. Mh. Genau. Hat sich hier was verändert? Irgendwie durch dieses kleine Update, was hier kam, ne? Aber ich habe jetzt die Sachen nicht durchgelesen, was da kam. Aber ich weiß bloß, dass da eben mehr Plätze sind. Hier ist nichts mehr dabei. Kann man hier nochmal was rücken? Wir hören wir auch nicht. Hm. Gut, gut. So. Genau. Hm. Oh, ein Blättchen. Hier machen wir mit. Da ist mein Hammer. Da sind wir noch ein paar, außer ein Zweig mehr, wenn man da. Oh, ein Blättchen. Und, ne, den wollte ich nicht. Ah, den will ich nicht. So, kleine Zweigblätterchen. Mhm. Aber ist schon schön gemacht, ne? Mit den Sonneneinstrahlungen. Lungen. Und, ne Feder. Schön, schön. Einen Stein benötigen wir jetzt mal nicht. Genau. Ich wollte doch gerade meinen. Wir sind doch nicht so doof, um da hochzukommen. Mhm, mhm, mhm. So, lass uns mal gucken. Werkzeuge. Das ist doch hier Werkzeuge, oder? Was kann ich denn damit alles basteln? Okay. Waffentechnik, das können wir noch nicht, aber hier müssen wir hier dieses Upgrade machen. Also rein theoretisch könnten wir es, uns fehlen halt nur diese vier Gears, Zahnräder. Schick, schick. Schick, schick. Ja, richtig gut. So, ich wollte doch hier die Sticks basteln. Und es geht jetzt um einiges schneller, ne? Ja. Ja. Hatte ich nie noch einen Spind gebastelt, wo Steine drin sind? Nee. 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 Wart ihr hier mit drin? Nee. Ich war der Meinung, ich hätte noch einen Spind mit Stein. So, nehmen wir alles. Jo. Jetzt habe ich hier noch einen zweiten Pick, aber ist ja eigentlich nicht schlecht, gell? Uh. Okay. Das sah jetzt irgendwie komisch aus. So. Nee. Batterien. Tadadadam. Warte mal so. Die beste nach vorne. So. Jo. Kanister haben wir hier noch einen. Ja. Nee. Den wollte ich mal aufmachen. Zack. Genau. Nein. Ah, hier habe ich auch nochmal Nähzeug. Hm. So. Die Weste kommt rein. Kann ich hier noch irgendwie was aufmachen? austauschen? Die Axt hier zum Beispiel, die ist ja völlig im Eimer. Ah, hat er gemacht? Okay. Gut, gut. Nehmen wir noch den anderen Kram weg. Nehmen wir noch den anderen Kram weg. Batterien. Die waren doch hier irgendwo, oder? Ne. Ah, hier. Ne. Schau an. Genau. Klamotten waren. Ähm. Hier. Genau. Also hier diese Kippe. Die schmeiße ich jetzt weg. Und hole den Helm dafür nochmal. So. Da ist er. Zack. Kann mal gucken. Ja. Ist alles rausgemacht. Dann unser Wasser. Wie schaut es hier aus? 14 Liter. Sag jetzt nicht, der Eimer nimmt wirklich 14 Liter auf. Ah, ich wollte es so gerade meinen. Genau. Dann können wir die nämlich nur auffüllen. Sehr gut. Dann haben wir das auch mal gemacht. Aber schon ordentlich Wasser da. Das passt. Ja, ich hab jetzt mitnehmen müssen. Wäre schon gut gemacht. Echt gut. Gefällt mir. So. Können wir nämlich von innen machen wir das aber. Jetzt hänge ich. Nein. Jetzt hänge ich nicht mehr. Dann die anderen beiden Eimer mal da rein kippen. So. Die hatte ich hier. Nicht. Aber das Holz brauche ich auch. Einmal die Hälfte. So. Zack. Rinde brauchen wir auch wieder. Fand ich die einmal hier. Ach. Hier waren die Steine. Schauern. Gefunden. Ähm. Bam bam. Ne. Falsch. Ich hatte doch nie irgendwo noch Eimer. Ach. Hier waren die. Genau. Nehmen wir die mal mit. Ne. Crouchen wir hier mit Steuerung. Genau. E. So. Ne. Ne. Geben wir rein. Achso. Streichhölze brauche ich jetzt auch noch. Die waren hier. Vier Stück waren das. Genau. Einmal. Einmal. Und noch einmal. So. Nehmen wir mit. Und die Baumrinde. Einmal. die Hälfte. Ups. Ah. Das war jetzt nicht so geschickt. So. Genau. Nochmal eh. Dann müssen wir mal. So. Entschuldigung. Juck, der Wing. Katzenahari. So. Dann. Machen wir das an. Okay. Das läuft wieder wunderbar durch. Da können wir den Eimer wieder füllen. Wir müssen unbedingt Baumrinde finden. So. So. Die verstauen wir hier wieder. Hier kommt wieder hier rein. Da. Mhm. So. 19 Uhr haben wir. Oh. Wir sind ein bisschen. Durstig und kaputt. Also müde. So sah das jetzt gerade mal aus. Äh. Da wir nur nur durstig sind. Da wir nur nur durstig sind. Wir haben mal einen Schluck drin. Schaut gut aus. Jetzt warte mal. B. Was könnten wir denn alles. Die Workbench. Die haben wir schon. Genau. Das wäre gar nicht mal so schlecht gell. 20. 30. 30. 30 Nägel. 20 Steine. So. So. Okay. Dann werden wir das doch mal machen, hä? Auf jeden Fall. Hupsi. B muss ich drücken. So. Hoppala. So. So. Genau. So. Ich werde jetzt wieder speichern. Äh. Werd hier auch einen kleinen Break reinmachen. Bin noch ein bisschen drüber von der Zeit. Ist aber nicht so schlimm. Ähm. Freut mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei Mist Survival. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ich bin erstmal raus. Ciao. Macht's es gut. So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017